Niemand hat an Papageno gedacht. Vollkommen verlassen irrt er durch die Torhallen und Vorhöfe. Hinter jeder Pforte, die er zu öffnen versucht, donnert ihm eine Stimme entgegen. Zurück! In seiner Verzweiflung erinnert er sich seines Glockenspiels und siehe, sobald es erklingt, kommt neue Lebenslust. Wünsche werden wach und sobald sie gedacht sind, verwirklicht. Eben noch hatte er großes Verlangen nach einem Glas Wein und schon reicht ihm eine Riesenhand aus Wolken kommend die herrliche Labung. Ihm wird so wohlig. Er weiß nicht wie. Er sehnt sich mächtig als je zuvor nach. Er weiß nicht was.